So, kurz nachsynchronisieren, Kai. Zukunfts-Kai, damit du Bescheid weißt. Sprung! Auch hier, damit du, äh, die Leertaste hörst. Sprung! Sprung! Ach, sehr schön. Hey, meine lieben Freunde und Kinderchens! Was geht's? Willkommen zurück zu World of Warcraft mit Mario zusammen. Wuhu, guten Tag! Ja, was ist beim letzten Mal so passiert? Für uns ist die Aufnahme schon ein bisschen länger her. Hm. Wohin mit uns, Alter? Rechts. Ja, kommt mir so vor, als wäre es letztes Jahr gewesen. Hm, schon so lange? Das kann echt sein. Naja, auf jeden Fall haben wir beim letzten Mal, ja, hinter der Wand, würde ich sagen, ne? Also nicht die Wand selber. Die Wand selber gibt uns keine Quest, Mario. Ich glaube, das... Wer weiß? Naja, was haben wir geschafft im letzten Part? Wir haben das erste Gebiet geschafft, dieses Tutorial-Gebiet dort. Ja. Die Burg, wie hieß die nochmal? Die Abtei. Die Abtei, genau, richtig. Und jetzt sind wir hier im Nordheintal und es wäre eigentlich scheißegal gewesen, ob rechts oder links. Ich glaube, sogar links wäre kürzer gewesen. Ich denke auch. Aber okay, passt schon. Okay, ist was? So, Ruhe und Entspannung. Ich denke, den lese ich mal vor, weil ich bin ja auch blond. Ja, weil der ist blond. Richtig. So, dann haben wir auf die Kacke. Kann ich nicht irgendwie den Dialogs... Dings verschieben? Das Fenster? Ne, geht nicht. Scheiße, voll scheiße! Gibt's ja wohl nicht. Jeder Abenteurer sollte ausruhen, wenn er in die Erschöpfung überkommt und es gibt dann keinen besseren Platz für Ruhe und Entspannung als das Gasthaus zur Höhle des Löwen. Gastwirt Farley, der Inhaber der Höhle des Löwen, ist mein bester Freund. Ja, mit meinem besten Freund. Gastwirt Farley. Ja. Mein bester Freund, auch weil du voll berühmt bist und so. Ich sag das jetzt voll laut so. Hast du das gehört, Soldat? Okay. Wenn ihr ihm sagt, dass ich euch geschickt habe, dann gewährt er euch vielleicht einen Spezialrabatt auf Essen und Trinken. Das Gasthaus zur Höhle des Löwen findet ihr, wenn ihr auf der Straße nach Süden reist. Ihr könnt es nicht verfehlen. Questziele sprecht im Gasthaus mit diesem Gastwirt Farley. Okay, wir können einen kleinen Kürbis bekommen. Oder Krellwasser. Uiuiui. Ja, da lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Überhaupt dahinter. Obwohl ich es eigentlich kostenlos haben möchte und nur zum Spezialpreis. Weißt du, du rufst ihn schnell an und sagst so, ja, tu mal schnell deine Preise ändern. 20% höher, dann kannst du nämlich 20% niedriger gehen, wenn die da sind. Ja, mich wundert uns ja schon fast, dass er nicht gesagt hat, so, ja, komm, du musst noch die Facebook-Seite liken und so was. Und auf der Facebook-Seite schreiben, bester Laden. Genau, und erzählst euren Freunden weiter. Echt so. Oh, was ist das denn da? Eine Kinderfahrt, eine kleine Kinder, hallo. Kann ich die töten? Nein, ich denke nicht. Die Namen, oh, die haben Namen. Die haben sogar alle Namen, das ist ja sehr, sehr detailliert. Wohin mit denen eigentlich? Cameron, Aaron. Ich glaube, die lassen sich jetzt auch von dem Typen da Spezialrabatt geben oder so. Also die kommen wahrscheinlich nicht gerade daher und wurden einmal durchgefüttert. Durchgefüttert, wollte ich sagen. Ja, genau. Nicht pädophil denken hier. Nein, natürlich nicht. So, links und rechts ist nichts. Außer Kühe. Irgendwann, irgendwann mal hin. Okay. Keine Schweine. Hallo. Ein Schwein. Nein. Ja. Ne, aber Schweine kommen gleich. Beziehungsweise so Wildschweine. Der Kai kennt sich aus, der Kai kennt sich aus. Ja, ich habe es noch in Erinnerung. Und wir sind endlich in Goldheim. Ja. Beste Stadt. Ich habe schon viel die Erfahrung bekommen. Echt? Boah, hat sich ja voll gelohnt. Lass mal wieder außen reingehen. Vielleicht gibt es... Echt, ey. Okay. Ich glaube, wir müssen hier rein. In dieses dicke, fette Haus. Mit dem dicken Kamin. Ich glaube, da wird der Weihnachtsmann bestimmt reinpassen. Hm. Ne, hier müssen wir hin. Echt? Oder? Hast du hier kein Fragezeichen? Da ist ein Fragezeichen, aber das ist da nicht der Typ. Das ist doch nicht Fale. Das ist Marshall Dugan. McBride. Okay. Obwohl... Ja, stimmt. Warte, ach nee. Achso, stimmt. Der andere war. Richtig. Aber lass uns das mal dem machen, weil das war sowieso die Quest, die noch offen war. Hier, Meldungen in Goldheim und sowas. Und ja, wenn du willst, kannst du mit dem sprechen. Okay. Ihr bringt Nachrichten von McBride? Im Vergleich zum Wald von Elvin ist Nordheim das reinste Paradies. Wir wollen doch mal sehen, was Marshall McBride zu berichten hat. Ja, ja, das wollen wir. Gib mir doch bitte deine Papiere. Aha, aha, aha. Scheiße. Was denn? Best Lock. Hat er uns eine neue Endklasse gegeben? Kann ich das nochmal nachlesen? Ich hab's zu schnell gedrückt. Äh, ich bin jetzt hier bei OH. Hier steht, dass ihr in den Rang des kommissarischen ernannten Stellvertreters der Marshalls von Sturmbind erhoben worden seid. Wer nicht? Herzlichen Glühstrumpf und viel Erfolg bei der Arbeit und so weiter und so fort. Ah, okay. Gut, ja, ich hab's schon weggedrückt aus Versehen. Na gut, dann muss ich das wohl tun, du kleine Nutte. Oh, hier steht, dass ihr den Rang des kommissarisch ernannten Stellvertreters der Marshalls von Sturmbind erhoben worden, gewöhnen, gehaben, geseit haben, gewerden. Glühstrumpf und viel Erfolg bei der Arbeit. Elvin sicher zu machen ist kein Spaziergang, sobald der größte Teil der Armee sonst wo zugange ist und sonst was für irgendwelche Adlingen macht. Es ist schon schwer, in diesen dunklen Zeiten den Überblick über die Politik zu behalten. Und ich hab, ja, ich hab ne Pikemannschild erhalten, aber mit dem kann ich sowieso nix anfangen, glaub ich. Und das habt ihr auch bekommen. Ich kann's auch nicht benutzen. So, die Tiefenschachtmine, eine weitere Quest. Uh. Die Mine in Nordheim ist nicht der einzige, mit der es Probleme gibt. Nicht die ein... Ne, hä? Ist nicht die Einzige, mit der es Probleme gibt. Berichten zufolge ist auch die Tiefenschachtmine im Wald von Elvin zu einem Tummelplatz für Kobolde geworden. Er forscht die Mine, bestätigt diese Berichte und kehrt dann zu mir zurück. Die Mine liegt fast genau südlich von Goldhain. Zwischen den Höfen der Steinfelds und der Meclos. Okay. Er forscht die Tiefenschachtmine und kehrt dann nach Goldhain zum Marshal Dugan zurück. Okay, das soll ja kein Problem sein. Das kriegen wir ja gebacken. Aber ich würd sagen... Vorsichtig. Ja, natürlich, wer immer. Ich würd sagen, lass mal zuerst mal ins Gasthaus gehen. Echt? Dass da die Bäuche vollschlagen. Das müsste ja das hier sein. Guck mal an. Pferde. Die scheißen den ganzen Weg voll. Ist ja ein Briefkasten. Habe ich einen Brief? Ui. Oh, Kundensupport. Ja, nee, das will ich jetzt nicht lesen. Oh, das stimmt. Hast du recht. Sollten wir nicht tun. Sowieso voll unnötig. Echt? Äh. Oh, da kommt jemand raus. Wer ist das? Der hat bestimmt nicht bezahlt. Ey, der hat die Miete geprillt. Echt? Fangt ihn. Ab mit seinem Kopf. So, gibt es hier Alkohol? Wenn ja, ähm... Kann man sich das hier sogar kaputt schlagen? Ey, Party! Ey, wir sind voll die Roadies hier. Hör mal, du geile Sau. Hast du Bock zu fickern oder was? Und all euer... Junge, Junge, Junge. Töten wir euch. Guck mal, Mario, ich sitze. Aha! Wo bist du denn? Ja, hier. Yo. Ach, da. Ich bin der King. Guck mir diese verdammten Titten an. 16. Ja. Ich mach jetzt alles kaputt. Ey! Na, du geile! Warte mal, rechts flicken und dann kann man sich draufsetzen, ne? Genau. Ja, cool. Was, wenn ich mich ins Feuer stelle? Oh ja. Oh, geil! Oh ja, ja, schön. Oh mein Gott. Ha, guck dir mal diesen Opfer an. Aha, wir sind ein Latter. 15, oh. Ich hab nichts gesagt. Genau. Okay. Jetzt der Typ hier, der... Den William Pesty darfst du sprechen. Der gute William, Alter, der... Ja, Kobold-Kerzen-Gedönster. Guten Tag, Werther Herr. Hättet ihr einen Moment Zeit für mich? Mein Bruder und ich führen den Sturmwind einer Apotheke und ich bin hier, weil ich große Kerzen suche. Ihres Wachses wegen. Könntet ihr mir vielleicht helfen? Ich hab eine. Was will er wohl mit den Kerzen anstellen? Ich frag mich auch. Große Kerzen bekommt ihr von Kobolden bekommen. Was? Ach, könnt ihr von Kobolden bekommen. Und ich habe Gerüchte gehört, dass Kobolde sich in den Minen von Elvin eingenistet haben. In der Tiefenschachtmine im Süden und in der Japsenmine im Osten. Ja, ich weiß, da steht Jaspersmine, aber... Ich schlage vor, dass ihr euch an einem dieser Orte auf die Suche nach Kerzen begebt. Bringt acht große Kerzen nach Gold heim zu William Pestel-Gedöns. Wuhu. So. Aber ich glaub, der Typ hier, das ist doch die Quest-Abgabe, oder? Ja. Das ist hier der Schöne, der uns Rabatt geben möchte. Genau. Gönn dir. Okay. Ruhe in Entspannung für die Müden und Frierenden. Das ist unser Leitspruch. Bitte setzt euch ans Feuer und wärmt eure müden Knochen. Möchtet ihr von unseren erlesenen Speisen Getränke kosten? Ich hätte gerne einen Kürbis. Na, Kürbis. Ja, im Sitzen. Ja, ja, ich würd sagen, ich, äh... Was ist denn besser? Man muss bei beiden sitzen. Ja. Mit dem Unterschied... Oh, nee, ich nehm das Querellwasser. Das ist besser, ja. Oder? Warte mal. Ja, das eine macht Gesundheit, das andere Mana. Ah, genau. Richtig, richtig, richtig. Ah, stimmt. Ja, ja. Ja. Ja, würde ich sagen, nehme ich... Warte mal, hab ich den... Der Apfel. Ich hab schon den Apfel und der stellt genauso viel her. Ja, deswegen... Quellwasser. Auf dann. Auf dann. Tschüss, du, Opfer. Bye, bye. Und er gibt uns nicht mal eine neue Quest. Das heißt, wir können aus diesem Saftladen hier raus. Richtiger Saftladen, ey. Ihr habt einen guten Kunden verloren. Echt, die haben nur Wasser. Ich mein, wer will bitte Wasser? Ich krieg den fast ohne Boden, ey. Wo ist der Alkohol? Die Cola? Der Saft? Hallo, Leto. Ey, den haben wir doch gerade eben schon gesehen. Genau, du meintest, dass der hässlich ist. Der hat uns zum Duell... Der hat mich zum Duell herausgefeuert. Oh mein Gott, nimmst du an? Drrrrrr. Nein. Jetzt fordert er gleich dich hier raus. Ja, hat er gemacht. Dreck mich am Arsch. Kannst mich mal. Ich block dich gleich weg, du Affe. Remi, zweifach. Stufe 5. Sturmend. Mhm. Willst du ihn sprechen? Nee, den darfst du sprechen. Okay. Tauschhandel mit Goldstaub. Manchmal haben die Kobolde in dieser Gegend Goldstaub dabei. Das Zeug könnte ich wirklich gut gebrauchen. Bringt mir etwas davon. Und ich mache euch den besten Preis in der Stadt. Den besten Preis in der Stadt. Den besten Preis in der Stadt. Der Stadt. Den besten Preis der Stadt. Nur auf 6, 8 FM. Oder keine Ahnung. Die Kobolde halten sich in der Tiefenschachtmine im Süden und im Bereich der Japsenmine im Osten auf. Bringt 10 Einheiten Goldstaub nach Goldtheine zu Remi. Zweifach. Goldstaub findet ihr bei den Kobolden von Elvin. Man sieht sich. Machen wir. Machen wir. Okay. Die ganzen Minengedönsen. Wo finden wir die denn? Ich gucke mal auf die Karte. Wir sehen. Wir müssen eigentlich nur in diese Richtung gehen. Ja. So wie ich das gesehen habe. Ja. Ja, ja, genau. Ist alles in der Nähe. Das heißt, chill ich. Okay. Ich folge dir durch den schönen Wald. Ja. Oh, sieh mal. Da sind Schweine. Eins davon tätig. Hallo, ein Schwein. Los genommen. Mach was. Stufe 6. Das ist gefährlich. Ich kämpfe einfach nicht selber. Aua. Das tut weh. Das tut weh. Das hat lange gedauert. Brocken Eberfleisch. Ui. Lecker. Ich bin Stufe 5. Das heißt, ich bin voll unterlevelt, Alter. Wir sind unterlevelt. Absolut. Wir sind unterlevelt, ja. Gut, dann lassen wir die mal in Ruhe. Ja, fürs Erste. Ja. Warte mal, sind das nicht sogar diese Steinhauer Eber, die in South Park vorgekommen sind? Oh, das kann sein. Das kann sein, ne? Ich habe es schon länger nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Kann man sich auch mal wieder gönnen. Definitiv. Richtig. Ihr müsst wissen, das kennt eigentlich jeder, der WoW kennt. Der kennt auch die Folge von South Park. Ja. Wo quasi South Park, ja, WoW voll auf die Schuppe genommen hat. Das Ganze so ein bisschen parodiert hat. Dass er sich darüber lustig gemacht hat. Und das war eine richtig coole Folge. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ihr kennt sie bestimmt. Und, naja. Zumindest das Mama-Schüssel. Ja, das sollte man kennen. Auch, wenn man die Serie nicht geschaut hat. Du bist zu weit gelaufen. So ein großer Junge. Oder wir könnten vielleicht vom Weg abgekommen sein. Wobei. Wie, der greift mich einfach alleine an. Oh mein Gott. Ja, echt so. Das sind voll die aggressiven Spasten. Was soll denn das? Los, Kobold. Mach was. Oh Gott. Du hast ja Glück. Du hast ja noch so ein Ungeziefer an der Seite. Ich muss das hier alleine lösen. Ja, aber ich ziehe voll wenig ab. Muss man jetzt tatsächlich mal sagen. Ich weiß nicht warum. Große Kerze. Wo bist denn du? Da bist du. Ja, warte. Ich helfe dir. Ja, das wäre sehr nett. Wir sollten die echt zusammen abschlachten. Okay. Das hat mich schon sehr, sehr viel Energie gehofft. Du Opfer. So, bist du regeneriert? Soweit? Ja. Ja, noch ein bisschen warten. Okay. Ja, wir sehen diese ganzen Kobold-Tunnelgräber. Die sind schon aggressiver als die von der Anfangsstadt. Wir wollen auf jeden Fall ihr Gebiet verteidigen. Ihr Revier markieren. Ja, diese kleinen Hunde. Söhne. Läuft bei denen. Läuft bei denen. Definitiv. Aber ich muss auch sagen, die fühlen sich bestimmt auch so richtig, ja, angegriffen. Sonst würden sie ja nicht angreifen, wenn man in ihr Territorium kommt. Wenn die ganzen Leute in Goldheim sagen, ja, greift die auch und tötet die mal so. Ey. Verständlich, dass die dann. Warte mal, Kai. Jo. Ist doch noch ein. Ist das nur ein einziges Haus hier? Das ist ein reales Haus. Weil so nah an den Minen kann das ja nur bedeuten, dass hier was ein Quest sind. Oh, das ist ja echt ein Dorf. Ja, Mann. Ja, aber so ein ganzes Dorf. Ich dachte, das wäre eigentlich nur so ein Haus. Der Hof des Steinfels. Ja, das ist. Lassen wir das aber später machen. Lassen wir erstmal so gucken, dass wir die anderen Sachen fertig machen. Vielleicht, es kann sein, dass sie Quests für die Mine bereithalten. Vielleicht ist es noch was. Für etwas tiefer in der Mine, ja. Genau. Also ich weiß nicht, wie ich meinen Kobold sage, dass er automatisch angreifen soll. Ich muss immer selber drauf drücken, obwohl ich schon auf Aggressiv gedrückt habe. Will er das nicht machen. Oh, eine große Kerze. Geile Sau. Aber zusammen geht es halt immer am schnellsten, Alter. Das ist weh. Richtig. Du musstest ja unbedingt anfangen, da alleine drauf zu kloppen, Alter. Er hat mich angegriffen. Ja, und? Wer hat denn gesagt? Oh, ja, du greifst jetzt alleine an. Ja. Ja, aber die Quest sagt ja auch auf jeden Fall aus, dass wir in die tiefen Schachtmine gehen sollen. Ja, ich habe schon, ne, ausspälen und sowas. Wie viele große Kerzen hast du schon? Ich habe schon drei Stück. Okay, ich habe zwei. Ich habe auch drei Goldstaub. Ah. Drei Einheiten davon. Okay, lass mal da runter gehen, weil da ist ja die tiefen Schachtmine. Genau. Falschschaden, Ole. Nicht, wenn du runterläufst. Kabumm, 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 kabumm. Warte, bum, barte, bang. Sterb, 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 sterb. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ach, wirklich? Aha, hast du es drauf. Attacke. Aber krass, dass jetzt schon die Leute kommen, die einen automatisch angreifen, ne? Ja, das ist halt echt früh im Spiel, ne? Wir haben, ich sage mal, so zwei Spielstunden in TUS. Ja. Schon die ersten aggressiven Gegner. Aber ich glaube, das ist halt auch echt normal. Okay. Ey, du nimmst mir, by the way, die ganzen großen Kerzen weg, du Arsch. Ich dachte irgendwie, dass da sowas, ja, dass, dass die, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt einen Tunnelgräber besiegen, ne? Und der stirbt. Dass jeder von uns beiden quasi ein eigenes Inventar hat, was er plönern kann. Ja, das, was die eigentlich auch hat, ist zum Teil auch so. Ich glaube, außer die Questgegenstände nicht. So, da war ich jetzt mal so aussozial. Oh, ne Kiste? Oh, die können aber nur Schurken öffnen, oder? Oh, wie krass ist das denn? Um diesen Gegenschatz wird gewürfelt. Äh, das mal so. Achso. Schwert. Achso, muss ich hier, ihr wolltet Gegenschatz, muss ich dann wählen. Nein, denn ich... Aber ich denke, das ist sowieso... Beide auf den... Ja. Schwert, kannst du das einsetzen? Ich kann es wahrscheinlich nicht, weil es ist ein einhändiges Schwert und ich glaube, ähm... Oh, ich habe gewonnen. Nein, ich denke, das ist kein Problem, weil, ähm... Sonst kann man ja auch handeln, falls es nicht... Eben. Und ansonsten... Also bei mir ist es rot, ich kann es nicht einsetzen. Ja, ich bestimmt auch nicht, weil ich... Diebe... Das sind vorderliche Erkenntnisse. Ja. Aber wisst ihr, das ist ja einfach eine Truhe, oder? Ja, ne, das ist... Das ist cool, das gab es auch in Order and Chaos Online. Pass auf, da kommt zwei. Ja, ich kümmere mich um den. Kriegen wir hin. Ne, aber weißt du, in Order and Chaos Online war es auch so, dass da random so Truhen gespawnt sind, die man halt aufmachen konnte, so. Ah, okay. Ja, finde ich, das ist ganz nett, ne? Wenn es nicht nur, äh... Wenn es nicht nur durch so Loot ist, quasi. Richtig. Weißt du, in so Pay-to-Win-Spielen hätte man jetzt zwar, äh... Weiß ich nicht, so einen Schlüssel kaufen müssen, oder so, um halt die Truhe aufzumachen. Und hier ist es kostenlos. Ja. In die Fresse. Ey, guck doch mal, dein Kumpel, da greift jemanden an. Oh, Koboldchen. Was ist denn da? Hör auf damit, du bist gleich tot. Und nein, ich werde von hinten angegriffen. Von hinten. Scheiße, das wird gerade echt knapp, Mann. Aua, 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 aua. Aua. Los, ich muss Meuchel morden, ey. Ich bin doch ein Schurke. Komm, Kobold, mach was. Greif schön immer an. Boah, das sind echt viele, ne? Ich brauche Tränke so langsam mal, Alter, ja. So langsam brauche ich echt mal Tränke. Okay. Wir müssen gleich, äh, was heißt gleich, so im nächsten Part oder so echt mal gucken, dass wir da in der Stadt vielleicht Tränke auffinden können, weil die gibt es ja definitiv, das weiß ich. Ja, definitiv. So, jetzt erstmal heilen, obwohl ich bin da schon geheilt. Ah, ich auch. Oh, ja. Oh, da kommt noch jemand. Oh, hi. Wo denn? Da hinten, ganz hinten. Opfer. Lass mal erstmal in die Mine reingehen, weil dann hat man das erledigt. Echt, bevor der Assi kommt. Den wollen wir nämlich nicht. Ich wegrennen. Wegrennen. Idiot. Warum? Ist heute Gegenteiltag? Anzei. Äh. Brenne. Und stirb. Yes. Du darfst den Goldstopp haben. Dankeschön. Die Bergbauschaufel kannst du haben. Nee, die sehe ich gar nicht. Ach doch. Danke. So, wie tief muss man jetzt in die Mine gehen, um quasi diese Quest zu erfüllen? Ich meine, das ist... Das ist eine gute Frage. Es ist Ausspähen, nicht... Ja gut. Ich dachte, wir gehen da so ein paar Schritte rein und schon war es das. Ja, dachte ich eigentlich auch, dass du einmal so... Stand denn schon der Name der Mine einmal da? Äh, ich glaube nicht, nee. Vielleicht müssen wir noch ein paar Schrittchen. Okay. Was zum... Hast du das gesehen? Nee, was? Da oben. Da ist wieder so ein Grafikpack, dass die ganzen Kobolde von der Decke fallen und runterfallen und das halt übelst schnell. Ah, okay. Nee, das sehe ich nicht. Aber das ist ja schön, finde ich. Ja. Hier, Kopfer. Ja. Ist hier was? Gut. Dann hier rein, bitteschön. Yeah. Oh, da ist ein Skelett. Oh, ja. Sexy. Wahrscheinlich ist das mit Ausspähen gemeint. Das kann sein, ja. Bis zu diesem Skelett gehen und sehen, oh, da ist ja ein toter Mann, ja. Oh mein Gott. Nee. Ah, doch. Ja, das war so klar. Ich wusste es. Oh, da kommen zwei. Kriege ich hin, kriege ich hin, kriege ich hin. Natürlich. Ich glaube an dich. Ich glaube auch an mich, sonst würde ich ja hier nicht stehen, Mann. Und sterb. Sterb, 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 sterb. Okay. Okay, okay. Alter. Da ist sogar noch ein dritter. Das war echt ein dritter? Ja. Ach du Scheiße. Oh. Das wird echt knapp, ne? Also bei drei wird es echt schon knapp. Bei zwei war es schon so ein bisschen. Wow. Ja. Oh, das ist ja krass. Meine Fräsen. Okay, die Kerzenquests hätte ich schon mal. Ja. Da will ich dir jetzt nicht mehr im Weg stehen, ja. Okay. Ah ne, Kerzen habe ich auch. Goldtop. Ganze zehnmal. Zehn Stück fehlen dir? Ja, irgendwie hast du den immer abbekommen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich weiß. Du nicht neben Kerzen. Na, ich brauche keine Kerzen, Idiot. Keine Kerzen mehr. Die kannst du dir in den Arsch schieben, Alter. Ist ja auch so ein Sprichwort, ne? Schieb dir eine Kerze in den Arsch. Kennst du den? Ich habe mal gehört, ja. Obwohl ich eher den Stock kenne. Ja, das gibt es auch. Und steppt auch. Ja. Die sind auch sogar Level 7. Jetzt weiß ich auch, warum die so stark sind, ey. Ja. Ich will angreifen. Oh mein Gott. Ja, so kritisch war es ja noch nicht bei dir. So, lass mal hier ein bisschen stehen bleiben und regenerieren. So. Okay. Oh, die haben auch keinen Goldstopp mehr für mich. Ist echt so. Es kommt mir gerade so vor, als würden die hier drin das Goldstopp nicht lagern, sondern die würden rausgehen und das da so, weiß ich nicht. Ja. Kann ich das schon machen? Nö. Benötigt der Bau. Manu. Kupfervorkommen. Uiuiui. Oh, du nimmst nicht Kerze, wir werden von irgendwo angegriffen. Ich will gar nicht. Ach nee, jetzt macht der andere NPC. Draußen. Ah. Kommt du mal her. Geile Sau. Attacke. Ö. Kobold Minenarbeiter. Ausweinen. Aha. Finishing moves, die Schadenbruch, irgendwas machen. Okay. Oh, hast du eine neue Attacke? Ja, die, ich bin doch gerade am durchlesen. Guck mal, wie die funktionieren. Ah. Sag ich dir darum und mach gar nichts. Voller Idiot. So, Goldstaub. Yay. Für mich. Ey, wofür? Ich dachte, du hast schon Goldstaub. Einer fehlt mir noch jetzt. Ach so. Das war wie gesagt echt behindert gemacht, so. Was? Ja, das mit den Aufteilen der ganzen Item Drops von den Gegnern. Ja, nur die Kills zählen halt, ne? Wenn wir eine Quest haben, wo wir killen müssen, da zählt beide. Ja. Wieso verschwende ich gerade keine... Keine? ...Wootpunkte. Energie. Wootpunkte. Die Frage. Warum bin ich denn so schwach? Tja. Du wolltest ja unbedingt Magier sein. Scheiß, ich bin fast tot. Oh ja, ich bin fast tot. Ach du Kacke. Wie kommt das denn? Ey, das war auf keinen Fall Level 7er, das war ein Level 8er. Ja, er ist tot. Oh mein Gott, lass mal irgendwo verstecken, Alter. Ich, ich, ich ess jetzt was. Ach du Scheiße. So, hier, Wasser. Oh mein Gott. Ey, das ist ja echt... Ey, wir sind so unterlevelt gerade, ne? Ja, das ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall. Hu 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 hu. Ich bin kurz davor Level 6 zu werden, ne? Zur Info. Okay. Also ich hab nur noch so zwei Balken ungefähr. Ist der noch irgendwo... irgendwo, Bolt? Da vorne ist... Oder da oben ist einer. Oh, der hat mich gesehen, der hat mich gesehen, der hat mich ins Visier genommen. Ich. Ah, natürlich kommen jetzt zwei. Jetzt kommen zwei, jetzt kommen zwei. Gut. Werfen. Okay, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja, natürlich. Ach du Scheiße, warum kloppen die einen denn so down gerade? Ich check das nicht. Ich weiß das auch nicht. Ey, kann in diesem Part der erste Tod passieren? Junge, du bist ja noch voll mit Leben, Alter. Ey, sind das zwei? Ja. Scheiße. Das ist doch nicht normal. Warte, ich versuche die Akku zu ziehen. Ja, er greift mich an. Okay, gut, Alter. Ach, das sind drei Stückchen. Oh nein, jetzt hört er aber dich an. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Bist du tot? Ja. Oh nein. Scheiße. Die haben auch nur mich ins Visier genommen, ne? Irgendwie schon, ja, weil du näher dran stehst, glaube ich. So ein Müll. Okay. Okay. So, jetzt spawne ich am nächsten Friedhof, ne? Ich habe nämlich jetzt keinen Bock, sechs Minuten zu warten, weißt du? Ja. Deswegen guck, dass du rauskommst oder ich laufe zu dir. Ja. Bye. Warte mal. Der Friedhof. Ihr seid jetzt ein Geist. Hallo, ein Geist. Ihr könnt wieder in die Welt der Lebenden gelangen, indem ihr entweder euren Leichnam findet. Ah. Okay. Oder indem ihr mit einem in der Nähe befindlichen Geistheiler sprecht. Da zum Beispiel. Ich glaube, da muss man voll Kohle bezahlen, was? Ihr könnt euren Leichnam finden oder ihr könnt euren wiederbeleben. Ah. Charaktere unter Stufe 10 können sich ohne Nachteile hier wiederbeleben. Entschuldig. Okay. Meine Gesundheit ist sehr niedrig. Ich sterbe, glaube ich, auch. Oh, Mario. Ich kann nichts tun. Hier sind überall Gegner. Mario. Ja. I'm dead. Mario, nein. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Echt? Ja, da ist doch der Geist. Hier, hier. Aber voll gruselig, weißt du so. Ja, alles so in blau. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Skyward Sword, weißt du? Mit diesen, mit diesen, äh, Herausforderungen da. Ach so, ja. Dieses, ähm, was man sowas auch in TP gab, ne? Wo bist du eigentlich? Ich laufe zu meinem Grab. Na? Hä, wie zu deinem Grab? Da war doch so, da war doch so, 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 so ein Geist hier am Friedhof. Komm mal zurück. Da war ein Geist. Ja, da war ein Geist. Ach so, willst du nicht bei deinem Grab lieberbeleben? Ah, nee, brauchen wir ja nicht, ne? Brauchen wir ja nicht. Also, ich nicht. Du vielleicht. Ja, nee. Machen wir gleich, die anderen 10 Goldstumme machen wir wann anders. Ja, würde ich auch sagen, ne? Du läufst jetzt, wie gesagt, zu deiner Todesstelle zurück, oder? Nee, ich bin jetzt wieder da beim Grab. Ah, ich seh dich. Ah, cool. Da bin ich. So, mit dieser netten Dame kannst du reden. Aber voll, wenn man so darüber nachdenkt, ne? Total creepy, dass da halt so so ein Geist, den siehst du halt nur als Toter. Ui, 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 ui. Als Leben, da weißt du, du stehst hier so, du denkst dir nichts Böses, auf einmal so. Ui, hi. Ui, ein Geist. Ne? Gut, ich würde sagen, ja, ich weiß nicht. Das wär's für den Part, wa? Das wär's für den Part, ja. Genau. Wir haben viel geschafft, Chris abgegeben und sind gestorben, beide. Richtig. Das erste Mal, ne? Das erste Mal kommt ja immer irgendwann. Richtig, genau. Bis dahin, meine lieben Freunde und Gerniens. Danke mal, für's für dabei sein. Natürlich. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Bye. 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 Vielen Dank.